Ja Dirk, 30 Jahre Gastronom, 20 Jahre Kaffeesahne, tut das nicht, tut da nicht das Herz weh, wenn man dann verpachtet? Ja, also das Herzchen tut schon weh. Man muss auch mal sagen, so ein Kaffeesahne, das lebt man auch. Das Rädchen ist auch geflossen, bin ich ganz ehrlich. Man gibt ein gutes Unternehmen ab und man möchte auch mit dem Personal, was man, ich sag mal so, das halbe Leben, so ein begleitet hat und man darüber redet. Es ist irgendwo hart, aber es geht auch weiter, es geht auch im gleichen Stil halt weiter. Wir haben uns ja mit Filigran zusammengetan und die beiden haben so tolle Ideen oder sowas, wie man das schön noch verbessern kann und sowas und hier und da wird mal eine kleine Veränderung gehen. Auf jeden Fall zum Positiven, aber für die Zukunft wird es schon so bleiben, wie es ist. Welche Rolle hat Corona gespielt bei der Entscheidung? Ja, also Corona hat soweit keine Rolle gespielt, ob wir das jetzt vorgezogen haben oder das nächstes Jahr machen wollten oder sowas, aber in der Corona Zeit war es halt so, dass man Zeit hatte, darüber zu reden und somit kamen dann ganz schnell Ideen und Inspirationen, was man also alles machen kann und wir haben echt ganz schnell gemerkt, dass es, ja, dass es einfach gepasst hat. Und was macht Dirk Bungert jetzt? Ja, ich mache erstmal eine Tür leise zu und irgendwann geht auch mal eine Tür wieder auf, aber Pläne habe ich nicht. Ich möchte schon dieses hier so ein bisschen begleiten. Wie gesagt, das Herz hängt da dran und möchte das auch schon ordentlich übergeben. Es werden ganz viele Fragen kommen, also ich gebe jetzt nicht nur den Schlüssel ab, sondern ich bin noch hier und ich bleibe auch hier und ja, man wird sich trotzdem weiterhin sehen. Erstmal habe ich nichts geplant, nein. Ja, jetzt haben wir hier die Neuen im Café Sahne, das Ehepaar Löber vom benachbarten Filigran. Was hat Sie denn dazu bewogen, jetzt auch sozusagen noch eine zweite Gastronomie aufzumachen? Ja, wir sind mit Dirk ins Gespräch gekommen jetzt in den letzten Wochen und so hat sich das dann einfach aus dem Nachbarschaftsgespräch so ergeben. Was haben Sie vor? Ja, wir haben vor, das Café Sahne, so wie es jetzt ist, eins zu eins zu übernehmen und dann peu à peu unsere eigene Note reinzubringen. Und die eigene Note sieht wie aus? Die eigene Note sieht tatsächlich so aus, wie man es ja auch ein bisschen aus dem Filigran kennt, dass wir, wir bieten da ja eine hochwertige Küche an und hier im Café Sahne ist im Abendgeschäft noch viel Luft nach oben und da möchten wir dann gerne das Filigran so ein bisschen mit reinkriegen. Aber ansonsten bleibt im Café Sahne alles so, also Öffnungszeiten und auch die Karte und natürlich der Kaffee, der Kuchen und die Gutscheine. Genau, die Gutscheine auf jeden Fall auch. Ansonsten bleibt alles tatsächlich, dass es hier losgeht mit Frühstücken, dann mit Mittagessen, Kaffee trinken und Abendessen. Bleibt alles so, wie es beim Alpen ist, genau. Ja, Frau Lugger, was machen Sie denn dazu? Was sind die Pläne? Ja, wir haben auf jeden Fall schon eine kleine Aufteilung uns überlegt. Also ich werde weiterhin im Casino das Gesicht des Casinos bleiben. Ich kümmere mich um die Mitglieder, um Veranstaltungen und das auch das, was wir da noch voranbringen möchten. Natürlich auch das Restaurant. Und so haben wir auch ein bisschen unsere Bereiche neu abgesteckt und ja, freuen uns auf das, was jetzt kommt. Ja. 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 Ja.